Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Muttibeamon. Wir spielen noch mal gegen den selben wie im letzten Video. Also ihr seht jetzt an 5-6 Folgen immer wieder die gleichen. Ja. Zweimal die, zweimal die, zweimal jene. Ja, die kommen auf jeden Fall auch gleich wieder mit dem Banning all in oder so. Kack. Du hast ja gut zugebaut gehabt. Ja, ich versuch's noch mal so zuzubauen. Weil das die nicht zugemacht haben, das war ganz komisch. Ja. Ne, die haben halt gepusht, ne. Die wollen halt damit Schaden machen. Wie das klappt oder das klappt halt nicht. Wahrscheinlich kommen sie jetzt auch eher. Ich nehme jetzt eher das Spanning, äh, links Nest. Den Pool. Die hat's schon mal den Pool gebaut. Wir brauchen mehr Minnen. Ja. Man macht wieder nicht dicht. Nehmt auch wieder Gas. Genau dasselbe. Oh, so hab ich jetzt aufgemacht. Haar genau dasselbe. Oh, mein Sonder. Basis wird angegriffen. Aber ich hab halt oben die Gold. Die hat mir ordentlich ressourcen gebracht. Shit. Das ist ja ein bisschen anders als hier oben. Komm nicht ganz zu. Oh, egal. Ich hab's nicht ganz zugemacht. Naja, auch nicht schlecht. Eigentlich nicht gut. Wir brauchen mehr Veskingas. Wir brauchen mehr Veskingas. Wir brauchen mehr Veskingas. Ja, wenn wir jetzt vollieren, hab ich meinen Bauch verkackt. Wir brauchen mehr Veskingas. Dann ist es halt so. Sie ist nicht so negativ. Man kann doch mal volieren. Na. Komm nicht, einer hat jetzt zu spät. Der kommt schon länger. Ihr benötigt mehr Veskingas. Ja, das ist okay. Bis die wieder durch sind. Hier, ich hab Upplinge. Ihr benötigt mehr Veskingas. Oh, ist ja noch offen. Ha. Warum sind die nicht durchgegangen? Ja, das verstehe ich auch nicht. Ich war ja jetzt lucky, dass da offen war. Ich war nicht guter. Na, ich hab ja extra mein Gebäude nochmal übersetzt. Du bist ja ein Fuchs. So, ich geh runter zur Goldmine. Das ist viel besser. Hm. Wir haben zu spät gebaut. Ja, die Runde wird nicht so gut. Zergat hat jetzt eine Echse genommen. Hat der Echse genommen? Zergat hat der Echse genommen, ja. Hat er vorhin auch genommen. Jetzt kommen wir mal links. Könnten eigentlich nochmal vorgucken. Ich glaub nicht, dass die diesmal pushen. Nee, die haben auch kein Bailing Pool bis jetzt. Dann lass uns drauf. Und das Speed ist bei ihnen noch nicht durch. Dann lass uns drauf. Auf'n Toss, weg damit. Wir brauchen mehr mit dabei. Warte aber wo links? Schade. Ich kann Bailing im Ofen, ne? So ist nicht... Oh, er hat Bailing, er hat Bailing. Er hat Bailing, er hat Bailing. Ja, die hol ich mir. Ich komm mit die Echo. Auf'n Toss drüber. Ah fuck. Das war ein Fehler. die schlacht schlecht beide ja bisschen kommen wir mal ein paar länge ja aber sie nicht zu schlecht gefaltet du musst dich hier rein für die lücke wenn man die länge platz ja warte das ist doch noch vorstellen ich kann dann gleich noch mal ein go machen kommen auch immer boom länge und ich hab keine dings gebaut scheiße ich will dies und zu wenig piloten das spieß komplett durch wahrscheinlich ich bin hier in die schatten wir brauchen mehr overlords so lass uns fahren ob sie wir haben da irgendwo länge rumdümpeln am watchtower war sie wir brauchen mehr overlords na boom länge na boom länge na 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 macht覆 엽 lat mat admin hat zwei auf So, Wumlinge habe ich bekommen. GG. Uh, doch nochmal gewonnen. Mensch, trotz Verbauen und ein paar Linge wasten und ein paar Truppenvollereien wasten. Doch noch gewonnen. Wann nicht so gut wahrscheinlich. Fliegermann schon okay, ein guter Konto, aber hat nicht gereicht. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in Endcard. Genau, bis dahin, tschüss, tschüss. Bleibt uns treu, tschüss. Und das ist immer auch schon wieder Endcard. Wir hoffen wie immer, es hat euch gefallen und würden uns freuen, wenn ihr euch noch morgen mit euch einschaltet. Ja, nichts verpassen, wir können natürlich wie immer gerne kostenlos unten links abonnieren. Oben rechts findet ihr dann ein anderes Brick für uns und unten rechts ein Stalkart-Projekt. Bis dahin, schaltet euch morgen wieder ein und tschüss. Euer Mütter-Mande. Dschüss. Das macht dich. Untertitelung des ZDF, 2020